Nur einige Kilometer von St. Johann im Pongau entfernt, mitten im Salzburger Land, thront das Alpendorf wie ein Adlerhorst in luftiger Höhe. Immitten dieser traumhaften Bergkulisse befindet sich das Family- und Spa-Hotel Sonnhof und bietet von allen Räumlichkeiten einen überwältigenden Panoramablick, der seinesgleichen sucht. Verabschieden Sie sich von der Hektik und seien Sie willkommen im Sonnhof. Erleben Sie eine Zeit des Entspannens, des Entdeckens und eine Zeit des Genießens. Ferien im Sonnhof sind etwas ganz Besonderes. Gast sein und sich geborgen fühlen. Ein Zuhause für die wohl schönste Zeit des Jahres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020